Wortstadtnächte 2022 im Werk X. Wir präsentieren vier neue Theaterstücke in szenischen Lesungen. Die Texte entstanden im Rahmen des Dramalab der Wiener Wortstätten. Zwei Abende mit vier neuen Theatertexten von vier spannenden Autorinnen von Mirjam Untertina, Anna Morawetz, Werlena Kutschke und Felix Krakau. Liebes Publikum, bevor es losgeht, bitte einmal die Augen schließen, keine Angst. Und der Vater schaut sie an, der Vater schaut sie an, diese Tochter, sieht in ihr Tochter, seine Tochter, sieht an ihr Lumpen, sieht an ihr krauses Haar, sieht an ihr Dreck. Am Heimweg von der Schule hat mich einmal eine Mitschülerin gefragt, ob ich mich nicht schmutzig fühle, weil ich noch nie in meinem Leben beichten war. Drei Frauen in einem Imbiss, frisch entlassen aus dem Maschinenraum der Psyche, dem Kraftcenter der Krise, sagen wir einfach aus der Klinik. Die Abwesenheit von Depressionen ist ja nicht Glück. Es ist nur die Fähigkeit, die Dinge wieder etwas klarer zu erkennen. Das hier ist das Happy End. Dies ist der Moment, mit dem ein Stück normalerweise endet. Zum Abschluss der Wortschutnächte wird es außerdem noch ein Konzert geben von den Playback-Dolls. Auf Flamingos machen Freude, sie sind nicht nur rosa-rot. Sie entzippen in der Gruppe und im Nichtstun tun sie gut. Bitte einmal die Augen schließen. Keine Angst. Beideein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020